Spieltorsprung SV. Leider verletzungsberiebt, unser Frank Steinköllner. Jetzt begnüssen wir Mitte Nummer 2, Nico Schatz. Wir schreiten die 82. Spielmörder, Tor für uns an SV Bad St. Leerhardt. Neuer Spielstand, 2 zu 1. Und wir gratulieren unseren Tor-Schützern, unseren Kämpfer mit einer Zehn, Patrick Schlöcher. Wir haben den Tor-Schützern, Patrick, Patrick.